Willkommen zu einer weiteren Folge der Omnis on Demand Trainingsreihe Omnis Studio Webentwicklung Basics. In diesem Part schauen wir uns die verschiedenen Variable Types in Omnis Studio an und klären wofür diese da sind. Viel Spaß! Im letzten Part haben wir uns ja bereits mit den Variable Scopes beschäftigt und haben geklärt wie man eine Variable definiert. Haben dabei aber einen wichtigen Part offen gelassen, nämlich die Variable Types und eben die entsprechenden Subtypes. Kurzer Hinweis, die Variable Types sind dabei nichts anderes als die ganz normalen Data Types in Omnis Studio, nur eben auf die Variablen bezogen. Variable Types geben zusammen mit dem Subtype an, was in einer Omnis Studio Variable gespeichert werden kann. Zum Beispiel ob es eine Zeichenkette ist, einfach gesagt ein Text, ob ganze Zahlen, Dezimalzahlen und so weiter. Dabei bietet jeder Type seine spezifischen Vorteile. Wie zum Beispiel der Integer, der das Rechnen mit Zahlen erlaubt oder das Datumsformat, das dann wiederum das Rechnen mit Daten erlaubt. Aber dazu gleich mehr. Lass uns erstmal klären, was es denn überhaupt für Variable Types gibt und wo man den Type einer Variable überhaupt festlegen kann. Dazu bin ich mal wieder in unserer altbekannten Library und gehe in die Klasse, in der wir die Variablen bearbeiten wollen. In meinem Fall erstelle ich dafür aber mal ein komplett neues Form und nenne es Variables. So, da ich hier jetzt noch keine definierte Variable habe, von der ich den Typ nun festlegen könnte, erstelle ich mal eben eine neue. So, ich nenne die jetzt mal iCharacter. So, bis hierhin war uns das alles ja bekannt und auch, dass wenn ich jetzt hier aus dem Namensfeld der Variable herausgehe, dass die Variable automatisch als Typ Character definiert wird. Das sehen wir ja hier in dieser Spalte. Und genau hier können wir nun auch den Typ festlegen. Wie gesagt, standardmäßig immer als Character, möchten wir es jedoch ändern, können wir hier in diese Droplist gehen und aus einer der doch schon relativ großen Anzahl an Types einen anderen Variable Type auswählen. Daher wäre es jetzt auch zu viel, wenn ich in diesem Part jeden einzelnen Variable Type durchgehen würde. Dafür werde ich immer dann, wenn wir einen zu diesem Zeitpunkt noch neuen Variable Type benutzen, diesen einmal erklären. Für heute schauen wir uns erstmal die fünf Basic Variable Types in Omni Studio an und das wären die Types Character, Integer, Number, Boolean und DateTime. Dafür erstelle ich erstmal für jeden Type eine Variable. Für den Character haben wir ja schon eine, aber nicht für den Typ Integer, also hier neue Zeile, iInteger vom Type Integer, wieder neue Zeile, iNumber vom Type Number, iBoolean, Typ Boolean und iDateTime mit dem Typ DateTime. So, ich denke mal vielen von euch werden diese Datentypen bereits etwas sagen. Ich gehe die trotzdem einmal durch, vor allem da jeder Type auch andere Subtypes anbietet. In der Variable vom Typ Character können wir nun also, aufgrund des Types, eine Kette von Zeichen, anders gesagt ein String, speichern. Eignet sich also besonders gut zum Speichern von Texten, Namen, E-Mail-Adressen, etc. Und beim Typ Character gibt der Subtyp die maximale Länge dieser Kette an. Im Standardfall sind das 100 Millionen Zeichen. In einer Variable vom Typ Integer können wir nur ganze Zahlen abspeichern, also Zahlen ohne Dezimalstellen. Hier wird dann nicht die Zeichenkette abgespeichert, wie beim Character, sondern der Wert. Das ist vom Vorteil, wenn man mit diesen Variablen zum Beispiel mathematische Bedingungen aufstellen möchte. Der Subtyp im Integer gibt dann die maximale Speichergröße an. Außer hier, der Short Integer, der erlaubt dann nur Werte von 0 bis 255. Der Typ Number ist ähnlich zum Integer, jedoch erlaubt Number auch Dezimalstellen. Der Subtyp bestimmt dann wie viele. Standardmäßig werden Number-Variable mit dem Subtyp FloatingDP definiert. Das heißt einfach nur, dass Omnis die Dezimalstellen so annimmt, wie die vom zugewiesenen Wert. Weist man ein Number also nun einen Wert von 10,321 zu, dann speichert die Variable genau diese Zahl mit den drei Nachkommastellen ab. Wenn ich jedoch hier mal 2DP auswähle, dann werden nur noch zwei Nachkommastellen akzeptiert. Der nächste Typ hier, also der Typ Boolean, ist glaube ich der simpelste. Denn ein boolischer Wert kann nur 1 oder 0 sein. Dies wird dann im Programmcode zum Beispiel als True oder False, also wahr oder falsch, interpretiert. Und da der Typ ja bereits sehr spezifisch ist, gibt es hierfür auch nicht mal einen Subtyp. Etwas komplizierter wird es jedoch beim Typ DateTime. Wie der Name vermuten lässt, ist dieser für das Speichern von Daten und Zeiten da. Der Subtyp bestimmt dann, in welchem Format. Der Subtyp hier, DateTimeDMYH.N.S.S. speichert zum Beispiel dann gemäß den Buchstaben D den Tag, M den Monat, Y das Jahr, H die Stunden, N die Minuten und S.S die Sekunden inklusive Sekundenbruchteil ab. Die meisten anderen Subtypes setzen sich dann entsprechend diesen Buchstaben zusammen. Ausnahmen bilden hierbei dann diese 5 Subtypes. ShortDate 1900 bis 1999, ShortDate 1980 bis 2079, 2000 bis 2099, ShortTime und DateTime in Klammern HashFDT. Die oberen drei sind dabei jeweils Begrenzung des Zeitraums auf die eben angegebenen Jahre. ShortTime speichert einfach nur die Zeit, jedoch in Stunden und Minuten. Und DateTime, dieses HashFDT, ist ein Datumsformat, welches vorher in der Hash-Variable HashFDT festgelegt wurde. Aber darauf gehe ich jetzt nicht näher ein. Alles klar. Das ist mal wieder viel Text gewesen. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns das mal eben in unserem neuen Remote Form an. Die Variablen dafür brauche ich ja nicht mehr definieren, da wir die ja gerade praktischerweise nebenbei bereits definiert haben. Also dann, lass uns mal in den Designeditor gehen. Vom Method Editor kommt ihr übrigens ganz praktisch mit F3 zum Designeditor des Remote Forms. Hier ziehe ich jetzt mal zwei EntryFields rein. Eins, zwei. Und zur Demonstration verknüpfe ich mal das erste Feld hier mit der Character-Variable und das zweite mit der Integer-Variable. So, wenn wir jetzt versuchen sollten, mithilfe dieser Felder einen nicht zugelassenen Wert in einer dieser Variablen zu schreiben, dann sollte dies am besten gar nicht möglich sein. In unserem Fall, also vor allem beim Integer-Feld, denn im Feld vom Character sollten wir ja eigentlich so wie alles eingeben können. Na gut, dann testen wir das mal. Hier im ersten Feld haben wir ja die Character-Variable, also kann ich hier auch alles mögliche eingeben. Zum Beispiel hello omnis123,45. Genau. Im zweiten Feld haben wir jetzt aber die Integer-Variable. Versuche ich also das gleiche wie im Character-Feld einzugeben. Ja. Bekommen wir 1, 2, 3, 4, 5 eben ohne das Komma, denn hier sind ja nur Ziffern bzw. genauer Ganzzahlen erlaubt, also auch keine Nachkommastellen. Ich kann hier, ihr seht es leider nicht, aber ich kann hier nicht mal ein Komma eintippen. Ja wunderbar. Das war's für heute. Ich weiß viel Theorie und noch nicht so viel Praxis, aber das kommt direkt im nächsten Part, denn da schauen wir uns an, wie man seine eigenen Methoden mit eigener Logik erstellen kann. Bis dahin, macht's gut.